Die neuen Diamantbürsten von Pferd eignen sich besonders für die Kantenverrundungen bei Hartmetallwerkzeugen. Bei den Diamantbürsten sind die Schleifkörner in flexible Kunststofffilamente eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch an den Seiten arbeitet. Diamantbürsten von Pferd – Profis für schonendes Verrunden. Spannende von Pferd – Profis für schonendes Verrunden.